Mein Hund hat es mal wieder geschafft, sich die Foto aufzureißen. Naja, wie hat sie das geschafft? Sie hat mit dem Sprenger gespielt und sich genau an diesem Teil die Foto aufgerissen. Naja, wie die Wunde jetzt aussieht, seht ihr ja. Wir waren am Tierarzt gewesen und der meinte, dass Nähen bzw. Tackern unnütz wäre. Wie man aber auch schon sehen kann, stört das Q zum Glück nicht, sie humpelt nicht. Trotzdem haben wir Trainingspause, obwohl in zwei Monaten Meisterschaft ist. Ob mir das Ganze ein bisschen Krise bereitet? Ja. Und ob das schon die fünfte Verletzung in einem halben Jahr ist? Ja.